Hier sind meine Stats, ich bin Platz 4 mit einer 24er KD und ich erkläre euch gleich, wie ich das gemacht habe. Willkommen zu einer weiteren Runde, Bettos auf meinem Kanal. Heute wird es erstmal darum gehen, was mit deinen Stats jetzt los ist, denn es gibt ja die monatlichen Stats und hier sind meine Stats, ich bin Platz 4 mit einer 24er KD und ich erkläre euch gleich, wie ich das gemacht habe. Ja, eigentlich hat es gestern angefangen am Freitag, das ist heute Samstag, wo ich es aufnehme, ihr seht es hier am Sonntag um 14 Uhr und ja, es ging einfach so damit los, ich habe 4x8 gespielt, habe so gemerkt, ja, da kann man mal Kills getten und gut, das war dann eigentlich der einzige Grund, wieso ich 4x8 durchgehend gespielt habe. Ja, jetzt bin ich hier angelangt bei Platz 4, vor allem war ich Platz 2, dann war ich eine Stunde AFK, weil ich auch ein Leben habe, mehr oder weniger und gut, dann bin ich halt abgerutscht, ist mir aber egal. So, der kriegt echt gar kein Knockback, das ist auf jeden Fall geil. Übrigens gibt es jetzt diese Abstimmung über Klickregel, ja oder nein, das könnt ihr mal einfach mal mitentscheiden, indem ihr in eine BW-Lobby geht und dann auf die Feder. Wäre auf jeden Fall echt nett von euch, weil mir liegt es auch daran, dass die komplette Community da mitentscheidet. Gut, den sollten wir haben. Jetzt müssen wir halt schauen, weil unser Bett ist. Okay, wir müssen jetzt hier hoch erstmal. Und ja, lassen wir uns mal nicht von den Stompen, indem wir uns einfach mal hier hochbauen, vielleicht macht er ja nichts Gutes dagegen. Wir könnten ja mal hier in die Richtung, so. Passt. So, ah, okay, sind wir abgerutscht. Ist er tot? Ne, ist er nicht. Okay, gut. Jo, dann schauen wir jetzt mal, so. Rush ist beschäftigt, sichtlicherweise. Jetzt gehen wir mal eben auf grün, der stackt sich. Ich weiß gar nicht, was er die ganze Zeit mit seinem Scheiß stacken hat. Aber gut. Jetzt haben wir. Übrigens, das Pack ist extrem nice, das habe ich von Rush in das Video. Ich weiß nicht, das ist übrigens Feuerstein YouTube Ingame. Also, wenn ihr irgendeinen Feuerstein seht, das bin nicht ich. Beziehungsweise irgendwas anderes als Feuerstein YouTube. Diese Sounds mit dem Pack sind so lustig. Ich weiß nicht, wieso, aber ich finde das übel lustig. Ich habe jetzt übel kalte Hände, das ist übel scheiße, aber, jo, ich denke mal, das macht jetzt nichts aus. Oder hoffe es mal. Ich habe ja übel die gute KD jetzt und da gehe ich jetzt mal, oder gehe ich mal darauf ein. Da haben sich schon ein paar gefragt, jetzt nicht viele, aber schon ein paar. Tja, wie hast du das gemacht? Gut, ähm. Ja, es fing halt damit an. Der Grün ist weg, okay, gut. Ja, es fing halt damit an, dass diese Monthly Stats resettet wurden. Und ich war nie einen Monat lang auf Revy aktiv und deswegen war ich das erste Mal jetzt aktiv in einer langen Zeit. Ja, da habe ich dann gesehen, krass. Hier, ähm, gibt es die Resetted Stats. Ja, ich spiele hier gerade 8x1 für eine Aufnahme. Ja, sonst spiele ich eigentlich kaum 8x1. Denn 24er KD in 8x1 bei gutem Willen, egal wie gut man ist, das kann man nicht halten. Jetzt die Frage, was macht er denn? Ja, er ist jetzt hier oben und denkt sich so, ich chill mein Leben. Auf jeden Fall spiele ich jetzt hier ziemlich Yoro, äh, drauf. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht drauf schwitzen. So, in der Aufnahme in 8x1. 8x1 ist schon anspruchsvoll, ich habe jetzt extra eine Runde genommen. Wo jetzt nicht die Besten drin sind, um einfach mal gechillt was anzusprechen. Ihr seht, ich habe auch nicht viele Kills, ich möchte einfach mal was ansprechen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die Top 10 gesichert. Ich werde auch wahrscheinlich weiterhin drin bleiben. Ähm, ja, wenn ich nicht mehr drin bleiben sollte, dann könnt ihr mich gerne verhauen. Aber, ja, in der Regel sollte ich jetzt eigentlich drin bleiben, hier den Rest des Monats. Der will mich stompen, sehe ich. Eieiei, Leute, er kriegt halt auch keinen Lock, ne? Das ist so, ein bisschen kontraproduktiv das Pushen für uns. Ja, das hier könnte auch eine sehr kurze Runde, beziehungsweise Aufnahme sein. Ist mir aber dann relativ egal. Ja, auf jeden Fall habe ich immer mit einer Party, beziehungsweise Freitag habe ich alleine gespielt. Und dann Samstag, also heute komplett mit einer Party. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich cool. Er schreibt Winxer, ich denke mal, er meint Wichser. Ich sehe ihn aber auch nicht, das ist ganz komisch. Und ich würde sagen, das war es mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf 3. Tschüss. 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 Tschüss.